Soll ich ihn töten oder lassen? Der, der hier blöd rumsteht. Da ist schon wieder jemand runtergefallen. Der war Endo. Ist noch einer runtergefallen oder? Wow, verklickt, verklickt, sorry. Boah, zum Glück hat's keiner getroffen. Ja, ist klar, mein Freund. So, du wirst erstmal mein Freund auf Facebook. Und du, wow, so. Da ist einer tot. Was du willst. Im Lüftungsschacht. Haben tot. Sehr gut. Boah, mein Schut. Ich muss ihn ja selbst zurückkommen. Man überlebt den Gier hat eigentlich voll leicht. Wenn man sich duckt und ein bisschen weg geht, dann überlebt man ja nicht fast immer. Wenn man sich nicht duckt, stirbt. Oder man drückt dem Typ mal einfach in Instant Headshot. Ah, das vom Brot. So, jetzt muss ich mich jetzt mal hier ausrüsten. Sehr schön. Detective. Na ja. Oh, Detective. Ich schieße jeden ab, der zum Abschluss freigegeben ist. Ich werde hier direkt angeschossen hier von Hex Washer, glaube ich. Ich schieße Champ ab, sobald er zum Abschluss freigegeben ist. Nein, das war irgendjemand vom Schrank. Okay. Ich schieße nur die ab, die zum Abschluss freigegeben sind. Wow, ich bin stolz. Ja, ich auch. Hier ist mal eine Inzidenz hier reingeworfen. Ja, das war witzig. Äh, Inzidenz hier schon wieder. Okay, nochmal ein Luftschlag beim... Dann habe ich wieder oben rein. So, wie heißt denn er hier nochmal? Weil, den habe ich so im Verdacht hier ein bisschen. Naja, ist jetzt egal. So, hier mal... Ach, auch wieder ein Detective. Und diesen... Washer. Hex Washer. Washer! Hex Washer, lasst mich geschossen! Wer? Hex Rusher! Hex Rusher! Ja, wo ist denn der? Der ist oben auf dem Schrank. Aber wo ist der? Der läuft hier ganz ruhig rum. Ja, der läuft jetzt fast jetzt so seitlich runter. Er zielt hoch. Ich mach das einfach nach den Farben hier. Also grün ist halt... Bei dem ich mir hundertprozentig sicher. Suspekt ist Suspekt. Das ist logisch. Und dann halt... Hier Void ist... Schon... Fast beim Killen. Also... Extrem stark aufpassen bei dem. Und Kill... Müsste logisch sein. So! Warum bin ich angeschossen? Alter Schiger Snip... Warum er für ich ne Inzidenz? Ich weiß niemand. Schiger hat gesnipet. Auf irgendwelche Leute dahinten. Auf Champ oder so. Ich hab nur den getötet, der zum Abschluss freigegeben wurde. Oh ja, ich nehm die. Okay. Sargent Woodpecker. Oh, sorry, sorry. Er hat Schiger getötet. Was war das? Was war das? Was war das? Smoke? Smoke? Wer hat Schiger getötet? Champ. Wer ist das? Schiger war innocent. Geh immer runter. Nein, ich geh nicht runter. Ich geh in den Lüftungsschacht. Geh immer runter. Wenn wir so einzelne Kolonien sind und einen abschießen wollen. Okay, da wurde gerade was. Wirst du bei Little Let's Placer hinterher? Ich tötet dich, wenn du herkommst. Ich tötet dich. Ja, Japano oder was. Das hat auf mich. Ja, auf mich auch. Wenn jeder zum Abschluss bereit schlussgegeben ist, hat er eine Freigegebenst. Tötet er einen jeden. Ich glaube, dass er es schafft. Geh weg. Geh weg von mir. Du, warum schießt ihr mich ab? Wer schießt mich ab? Wer schießt mich ab? Warte, jetzt hab ich ja Zeit für einen Vergleich. Schießt dich immer ab. Kann ich gar nicht. Geh weg, geh weg. Ich hab Angst. Du, du hast eine Schottkarn. Okay, ich hab den ja. Nein, ich hab eine Schottkarn. Ich bin von da oben gekommen, wenn du dich mit der Schottkarn da oben abschießen. Nein, ich mein jetzt aber, du könntest mich ja so easy killen, wenn du jetzt mir zu nahe kommst. Deswegen geh bitte weg. Ja, okay. Bei der Farmers kann man nicht suchen. Das ist ziemlich kackyess. Ich glaube, ich hab auch noch mal gesteckt. Ich glaube, wir müssen sich ein bisschen beeilen. Wobei, aber ein paar sind schon tot. Ah. Okay. Ähm. Ich hab noch einen Credit. Da kaufen wir erstmal nichts. Hier ist ein unconfirmter Death. Detective. Don Yannis. Don. Don. Okay, dann töte ich ihn. Ist der Namekart Kill oder ein Near Death? Nee, Near Death. Nee, Near Death. Okay. Er lebt noch jemand? Ich leb noch. Okay. Nein! Gut gemacht. Nein, ich bin hier für die Map. Ja, Musik! Boah, die ist so unerträglich laut. Das stimmt nicht. Nein, nicht der Airbus. Naja, Airbus hat man nicht. Ja. Aber ich bleib noch nicht. Aber der geile Weg hier. Wobei, U-Bahn finde ich noch fast die Beste. Weil, da fahren Züge. Hallo? Airbus ist ein bisschen arm. Eigentlich wollte ich schon lange beenden, ne? Na ja, okay. Nein, ich wollte noch eine Wunde im Airbus spielen. Okay, dann spielen wir noch eine Wunde im Airbus. So, dann muss er kurz laden. Da-da-da-da-da. Die Map habe ich mir aber schon downloaded, weil ich ja so wenig TTT spiele. Loll. Ich habe zwei gleich aussehende Scherne, möchte ich mal grad anmerken. Warum? Puh! Oh Gott, nee. Nein, nix, woher mal Kunst. Ich hasse Kunst. Ich kann Kunst nicht ausstehen. Ich kann einfach nicht zeichnen. Deshalb werde ich es auch so schnell wie möglich abwählen. Oh, wir sind schon fast fertig. Ja, jetzt sind wir fertig. Sehr schön. Ach, noch schnell hier noch bequem hinsetzen. Und dann muss es auch schon losgehen. Also jetzt wird es sich bequem. Na, fast bequem. Jetzt wird es sich bequem. Jetzt. Und geht's los? Nein, noch nicht. Jetzt geht's jetzt los. Lol, die Rona hat schon begonnen. Ich hab ne Mac-Ten. Seht ihr mich? Jetzt geh weg. Jo, nein. Sind wir dran. Das ist total verhindert. Bitte geh mich. Boah, ich möchte ne Leiter, ne Leiche haben, die mich vergewaltigt. Nein, ich bin nicht nur, aber bitte kill mich. Ich will hier nicht drinstecken. Was? Kein Passwort, schade. Kein gültiges. Irgendein Traitor kann mal bitte kommen und mich abschießen. Wo bist denn du? Ja, am Spawn Room, mitten in der Wand. So. Ne, hier möchte ich ganz schnell wieder raus. Ja, wuuu. Mir geht's aber auch noch lang, ich möchte gern hier lang. Da komm ich aber nicht. Tja. Wuuu. Darum ist auch noch ne Leiter hab ich jetzt was gesehen. Da komm ich nicht ran. Ich muss wahrscheinlich nur zum Wunder gehen. Hier ist nichts? Nein, gut. Ah, hier gibt es eine Möglichkeit, hochzugehen. Ich wollte schon sagen. Okay, cool, sicheres Glas, komme ich nicht raus. Hmm, cool, sicheres Glas. Ich habe eins. Wer ist jetzt noch alles da? Ich? Ich. Ich würde schon nicht. Ich nicht, wenn ich ja sagen soll. Ich? 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 Nein, das habe ich nicht geschafft. Geil. 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 Use me. Ich nehme schon die Möllerstunde auf. Na ja, ich mache den aber gleich mal vererbt. Ja. Eins, zwei, drei. Ich bin ein guter Mann. Ich bin ein guter Mann. Ich bin ein guter Mann. Das ist gut. Tschüss.